Musik Hey Leute was geht hier ist euer Rap Marek und ich habe für euch einen chilligen Glitch Ein sehr kleiner Glitch und wenn ihr jetzt denkt ihr könnt damit richtig Kasse machen Ist leider nicht so 45 Minuten Wartezeit weil das ein Straßenfahrzeug ist Und bringt meistens eigentlich kaum was Ja maximal 15.000 oder so im Dreh war das Also bringt eigentlich nichts Nur wenn ihr ein chilliges Fahrzeug auf der Straße seht und ihr wollt es euren Kollegen geben Ist es eigentlich ein geilen Hinterglitch Ihr müsst einfach mit diesem Fahrzeug Ihr seht ja auf der Straße spawnen manchmal so ultra geile Fahrzeuge Ihr fahrt einfach mit dem Fahrzeug vor eurer Garage Euer Kollege setzt sich rein auf den Beifahrer Dann öffnet ihr eine Mission Joint in diese Mission rein Geht dann auch sofort wieder raus Euer Kollege wird während ihr in dieser Mission rein Joint automatisch dann auf die Fahrerseite wechseln Er braucht eigentlich nichts machen So ihr fahrt dann wenn ihr in der Mission drinne seid Fahrt ihr einfach mit dem Fahrzeug rein in die Garage Wie ihr es im Video natürlich seht Und dann könnt ihr eigentlich schon die Mission abbrechen oder beenden Oder ihr könnt sie dann natürlich auch gerne fortsetzen Wenn ihr dann wieder zurück in der Lobby seid Müsst ihr meistens wenn ihr natürlich der Host seid Müsst ihr natürlich diese Sitzung wieder beitreten Wo ihr Kollege noch ist Und dann könnt ihr Werdet ihr auch gleich feststellen Dass der Kollege noch immer in diesem offenen Fahrzeug drinne sitzt Da könnt ihr wieder einsteigen Und das gleiche wieder von vorne machen So könnt ihr eure Garage voll machen mit diesem Fahrzeug Oder anderen Leuten dieses Fahrzeug schenken Richtig schnell Richtig einfach Und eigentlich voll geil Weil dieses Fahrzeug was jetzt im Video zu sehen ist Ist eigentlich richtig geil Wollte ich unbedingt haben Kollegen wollten das unbedingt haben Also haben wir uns natürlich das automatisch gleich geglitscht Das war's von mir Leute Haut rein Ciao Das war's von mir Leute Vielen Dank.